Servus Leute und willkommen zurück in Oros bei Far Cry Primal. So, ja, in den letzten Parts haben wir ja das Spiel abgeschlossen und ich habe mir jetzt da mal so ganz kurz noch, heute eine neue Aufnehmer-Session natürlich, so durchgeschaut, was es da für Filtermöglichkeiten gibt. Und davor aber schon bin ich da oben in das kleine Gebiet hier gereist und ich habe mir gedacht, ich werde da jetzt mal gebietsweise, ist da jetzt zum Beispiel Fundstücke, weil es hier in dem keine Nebenaufgaben oder sonst was gibt, aber ich werde wieder auf alle Anzeigen gehen und werde da jetzt reinzoomen und so haben wir eigentlich die Möglichkeit, relativ schön sich alles anzeigen zu lassen, ohne dass wir so ewig nahe reinzoomen müssen, so dass wir die Fundstücke endlich sehen. Das können wir mit einem Filter eigentlich ziemlich geil machen und ich habe mir gedacht, wir machen da so eine Rundtour, einmal so nach Süden und dann sollte man eigentlich alles ziemlich haben und erst wenn wir alles haben, gehen wir aus dem Gebiet weiter und das ist einmal der Plan für den nächsten, jo, Parts, Fundstücke sammeln. Nebenbei will ich aber auf jeden Fall auch so die Nebenquests machen, weil die hier oft nachher erst wieder in einem anderen Gebiet freigeschalten werden und so weiter und so fort. So, zack, ah, deckt da nicht lieber es, wenn man es beherrscht, dann funktioniert, uh, da war noch mehr, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, da sind noch ein paar, habt ihr mich schon gesehen? Ah, okay, meine Katze macht das schon und der ist auch weg. Ah, ein bisschen Gift abbekommen, das ist nicht so tragisch. Ihr seht's, wir werden da jetzt relativ ziemlich durchwaschen, ein bisschen. Ja, aber ich werde den heutigen Bad auch dazu nutzen, um ein bisschen drüber zu reden, äh, bezüglich, was war denn da jetzt für ein Item? Da war ein Armband. Äh, bezüglich zu reden, ein bisschen ein kleines Fazit zu geben. Äh, so, das Armband, da ist einmal ein Sack, den brauche ich nicht, aber das Armband habe ich da auch irgendwo liegen gesehen. Adventure-Armband, perfekt. So, gleich einmal weiter den nächsten Punkt, wir werden zuerst daher gehen, dann dort rüber. Ja, Fazit, äh, was sage ich zu Fagway Crime? Ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang habe ich mir gedacht, das wird nix für mich, weil ich brauche Waffen bei Fagway. Es war immer so, dass Waffen, die halt vorhanden waren und, dass Waffen halt ein Großteil ausgemacht haben bei dem Spiel. Und jetzt sollen sie auf einmal komplett weg sein. Halt sozusagen Schusswaffen. Dann habe ich mir, habe mir gedacht, okay, ja, betrachtet es aber trotzdem offen mit Augen, halt mit offenen Augen und lasst es nicht voreingenommen von dem Spiel. Äh, und das war eigentlich ziemlich geil. Ich muss ehrlich sagen, Mörderspiel, das Einzige, was es gibt, ein paar Kritikpunkte auch, äh, die komme ich, aber ich mache zuerst das Positive und dann das Negative. Und, was ist so, was ist so positive, halt, halt, das Handling, das Setting mit den Tieren und so weiter, das ist so cool gemacht. So, wo ist die Hand? Da. Äh, mit dem Steinzeit-Setting, das ist so wirklich einmal was Neues. Und nicht immer dasselbe, dasselbe, alte, blöd genommen, sondern endlich einmal ein bisschen was, wo sich ein bisschen was geändert hat. So, da wäre ein Degle-Effekt, beziehungsweise greift da meinen Säbel-Heinze an. So. Aber es zerstört, halt, sozusagen, das Setting ist ein bisschen, aber es zerstört nicht komplett den Farcrawl-Flair. Halt, das, äh, das Farmen, das Zusammensuchen und das mit dem Dorf aufbaut, das hat mir extrem gut gefallen, weil ich, ja, ein Fan einfach von dem, von dem Zeug bin. Einfach Crafting suchen. Geil. Schaut sich das an. Mammut-Faule, Knochen-Böchle-Grube. Da fallen die Mammuts hinein und sind dann hin. Das ist eine Fahle von ihnen. Auch nicht schlecht gemacht. Äh, so, jetzt muss ich nur schauen. Gehen wir ganz kurz auf Fundstücke, ob da unten, da ist kein Fundstück, okay. Äh, dann gehen wir weiter, da her, da her, da her, da her und so weiter rauf. Und, das Setting passt einfach zu Farcrawl. Und ich bin schon gespannt, was für, halt, die nächsten Farcrawl-Teile, egal ob das jetzt ein Haupt-Farcrawl-Teil ist, halt sozusagen Farcrawl 5, oder wieder ein Primal in der Art, äh, sein wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie, was sie da noch für Einfälle haben. Halt, ich muss ehrlich sagen, jetzt haben sie mit der Steinzeit begonnen. Ich glaube, sie können da noch, äh, bis zum, keine Ahnung, wohin gehen. Halt, ich glaube, dass da noch ziemlich viel kommen wird und dass sie da einfach jetzt so eine Schiene aufgefahren haben. Halt, halt aufgemacht haben, so. Wo sie, wo es, wo es, wo es unendlich viele Ideen gibt. Scheiße, wo ist die Hand? Wo ist diese verdammte Hand? Ah, da drinnen. So, hab sie schon. Und, da freue ich mich drauf. Halt, es ist wirklich so, dass das, dass es jetzt so, so ist, ja, immer offen sein bei Farcrawl. Und, das ist einfach das Geile. Äh, sie haben das Setting so gut rübergebracht, dass mit dem Stammhelfen, das nachher Stammeskrieg gegeben hat, das kann einfach voll in der Zeit voll gepasst haben und kann einfach, stimmt einfach voll mit dem, was ich mir sozusagen Steinzeit vorstelle, äh, überein. Und, das ist das, was extrem cool ist. Das, muss ich ehrlich sagen, das ist das, was mir gefällt. Und, ja, einfach geil. Einfach geil. Äh, das ist einmal das Setting. Was mir extrem auch noch gut gefällt, ist die Mördergrafik. Sie war bei Farcrawl immer schon extrem. Ich spiel's jetzt das erste Mal, Farcrawl, wirklich mit extrem guter Performance und extrem alles auf Maximum. Äh, ich hab damals Farcrawl 4 zwar auch auf Maximum gespielt, aber manchmal hat man halt gemerkt, sozusagen, die Rucklauern drinnen waren. Halt nicht wirklich stark, aber, halt, wenn man Spiele gewohnt ist, da drüben komm ich hoch, halt immer mit Max zu spielen und mit maximal einen schönen FPS, dann, dann merkt man halt solche Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, ganz wahr, aber es sind halt Kleinigkeiten. Und, das muss ich ehrlich sagen, das ist halt hier das Rengflüssig, das schaut geil aus. Äh, die Gegenden halt. Es ist nicht nur so ein einheitliches Gebiet, keine Ahnung, dass du jetzt sagst, du bist jetzt nur in einem, weiß nicht, Eisgebiet, du bist nur in einem, äh, Dschungel, du bist nur in einem sowas, sondern du bist wirklich in verschiedenen Gebieten. Das einzig, was mir nicht so gut gefällt, ist da, wenn die Übergänge sind von den Gebieten. Das ist einfach eine genaue Kante. Das sollte ein bisschen verschwimmend sein, das würde, würde es ein bisschen, ja, harmonischer, schöner machen und würde mir ziemlich gut gefallen, wenn das ein bisschen, ja, sozusagen ein bisschen auflockender wäre. So, ich werde aber weiterlaufen, der Bär ist hinter mir, der soll mich da gern haben. So, und jetzt schauen wir erst, wo wir hin müssen. Äh, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hand, äh, halt, Armband, Hand, Fragezeichen. So, ich glaube, das klingt am besten so. Und das ist halt wirklich die Grafik. Schneestürme, das schaut aus, wie wenn ich wirklich dort gewesen wäre. Das ist nicht so, wie wenn man sagt, jetzt, okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur so hingepfuscht. Sondern, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich wirklich so. So, jetzt helfen wir dem Venture dann noch. So, den haben wir auch noch. Komm, Schnucki. Und unsere Katze ist gestorben, da hinten irgendwo. Schauen wir kurz noch einmal, komme ich da hinten noch oder nicht. Na, die ist da hinten irgendwo unten gestorben, ist egal. Die holen wir nachher. Wieder eine neue, wenn sie jetzt ganz tot ist. So, Junge. Ah, Blödsinn, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sollten... Seltener Löwe. Leoparden. Leoparden sollte ich aufpassen. Leoparden sollte, das könnte nämlich ein Leopard sein. Schauen wir kurz auf die Map. Ah, Löhlenlöwe. Ist nicht eingezeichnet. Oh ja, das sind Leoparden. Der nächste, der kommt, den werden wir sich holen. Warte mal, da schalten wir gleich einmal deinen Köder ein. Ist da noch irgendwo einer? Ach so, warte mal, da ist noch ein Gegner. Hä? Okay, irgendeinen Träger durchsuchen. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Venture-Ereignis war, aber okay. Äh, ja, Grafik, halt, Schneesturm, extrem cool, die ganzen Sachen, was halt sonst so auftauchen, extrem geil. Äh, Sonneneffekte, Berge, pff, keine Ahnung, halt, grafisch und designtechnerisch absolutes Top-Niveau. Äh, ich muss ehrlich sagen, so ein schönes Spiel habe ich schon lange nicht gesehen. Und kann mit anderen Spielen halt voll konkurrieren, halt, zum Beispiel mit einem Bitcher. Da braucht man gar nicht reden. Das ist ebenwürdig. Das ist einfach... So, das machen wir gleich anders. Markieren wir sich die Hand eigentlich. Ah, da ist ein... Udarm. So, weiter geht's. Muss nur schauen, da sind zwei Udarm immer wieder. So, weiter geht's. Uh, der hat einen Speer geworfen. Ach, solche Sachen, du siehst halt nachher über deinen Kopf den Speer kommen. Das schaut so geil aus einfach. Und, ja, auch das Wasser. Halt hier schaut's jetzt ein bisschen grad strange aus, warum das so langsam fließt. Ah, das ist, weil es so eine riesen Wasserfläche ist. Aber sonst die Flüsse schauen so geil aus Wasserfälle. Schaut sich da oben den Wasserfällen an. Und da hat's wirklich noch geilere Wasserfälle geben, das muss man einfach so sagen. So, da ist einmal einer. Ups, das war meiner. Und da ist ein Löwe, der ist mir uninteressant. So, und die Teichhand ist irgendwo dort oben. Schauen wir kurz einmal. Ja, das wollte ich nicht. Noch weiter rauf. Schätz mal, dass wir da rauf kommen. Schauen wir mal kurz da. Da schaut's gut aus. Und dass, ja, die Standard-Movements, dass die einfach nicht verloren gegangen sind von Far Cry einfach. Halt das Hinunterrutschen über den Berg, dass du... So Kletterhaken und so weiter. Das war immer in Far Cry drinnen. Und das gehört einfach so in Far Cry dazu. Und das haben sie trotzdem in einem wirklich geiles Setting. Dass du den Kletterhaken nicht von Anfang an gehabt hast, sondern erst mit der Zeit, die freigeschalten hast. Wirklich cool gemacht. Und wirklich gut rübergebracht. So, Höhenhamsterei. So, wir gehen nochmal weiter. Da sind mir jetzt zu viele Tiere gerade. Beziehungsweise mit den Tieren kann ich eh nichts anfangen. Nein, bleibt da hier oben kurz. So, wir wollten... Wir gehen da rüber. Dann gehen wir zum Armband, haben wir gesagt. So. Ja, und was sind die negativen Punkte? Negativ ist mir ein bisschen aufgefallen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, den 70. Bart-Bimmel da hohen. Zwar 20 Minuten Bart. Und... Es ist zu Ende. Halt, es ist... Nein, da wollte ich da runter. Äh... Jetzt wollen stärker wir da runter. Äh... So. Gibt es noch einen, oder waren das jetzt alle frei? Das waren alle. Perfekt. Schöner niedergemetzelt. So, den Punkt haben wir auch jetzt freigeschalten. Geht weiter zum Venture-Armband. Komme ich da so runter? Na ja, probieren wir es aus. Wir sind ja nicht im Überlebensmodus. Sehr gut. Ja, dass die Story... Zurück zu kommen, ein bisschen negativ. Und dass die Story ein bisschen kurz war. Die war eigentlich immer... Sie war zwar cool, vom Thema her, aber man hätte damit noch ein bisschen mehr machen können. Man hätte vielleicht ein bisschen Stammeskriege, sozusagen größere Schlachten noch machen können. Wo man wirklich mit seinen eigenen Leuten noch kämpft. Äh... Wo es ein bisschen wilder zur Sache geht. Mehr Sachen in dem Bezug machen. Weil es einfach... Ja... Glaubst du? Ja, das gewesen wäre. So, perfekt. Redergemetzelt. Und... Das ist das, was mir ein bisschen... Naja, was ein bisschen schade ist. Da hätte man ruhig noch mehr machen können. Aber... Es ist jetzt nicht so schlimm. Es ist halt... Es ist auf jeden Fall trotzdem das Geld wert. Es ist kein Main-Titel. Kein Farquhar-Main-Titel. Das war mir ganz klar. Und meistens sind da die Stories ein bisschen kürzer. Aber es war trotzdem fast ein bisschen zu kurz. Das muss man einfach so sagen. Oder muss ich einfach so sagen. So, ich würde gerne weiter gleich laufen. So, wir müssen da eigentlich hin. Wir müssen da rüber zur Teichhahn. Und... Ja, das ist halt das, was ein bisschen... Der Hauptkritikpunkt ist. Sonst, was ich auch noch cool gefunden habe, ist, dass du jedes Mal, wenn du das Spiel startest... Das hat sie eigentlich im Let's Play nicht gesehen. Da kommt so eine kurze Zwischensequenz, wo das Schamane immer erzählt, was halt gerade passiert ist und so weiter. Also halt, dass du wieder, nicht sozusagen, wenn du eine Zeit lang nicht gespielt hast... Dass du nicht mehr weißt, wo du hin, halt, was du da machst oder was du zu tun hast. Sondern dir wird immer ein bisschen erzählt, sozusagen, was gerade los ist oder was gerade passiert ist und wieso das passiert ist. Das wird da vom Schamanen in einer kurzen Videosequenz erzählt. Das ist ziemlich geil gemacht. Sonst, ja, geiles Spiel. Auf jeden Fall das Geld wert, da brauche ich gar nichts reden. Wenn ich sage, das Geld ist nicht wert bei Far Cry, zumindest bei dem Teil hier, dann habe ich irgendwo nicht das Spiel gespielt, sondern habe, ich weiß nicht, daneben geschlafen oder so. So, wo ist die Täscherhand dahinten, haben wir sie. Ja, der Jagdjägerblick, am Anfang denkt man sich, okay, Hilfe, was brauchst du ihn? Jetzt muss ich ehrlich sagen, da beim Durchsuchen von dem ganzen Zeug, beim Täscherhände finden, bei den anderen Sachen finden und so weiter. Ist es ganz praktisch, aber es ist jetzt nicht notwendig, halt. Ich weiß nicht, wie es beim Überlebensmodus ist, den habe ich mir noch nicht angeschaut, halt. Ich werde mir, vielleicht mache ich nach dem 100, scheiße, da komme ich nachher nicht raus. Das ist scheiße. So, dann müssen wir kurz in einen killen, da. So, da ist einer. Da unten war, glaube ich, noch einer, der ist runtergesprungen. Nein, habe ich doch nicht. Ist da irgendwo ein Aufgang? Komme ich da rauf? So, nein, da komme ich auch nicht weiter. Zumindest nicht höher. Das ist schlecht. Weil ich nicht weiß, wie ich da jetzt rauskomme. Aus dem scheiß Ding da wieder. So, wir müssen... Ah, ich glaube, das ist doch das letzte Gebiet... Ah, stimmt, das war das da, wo wir einen Ul getötet haben. Ich glaube, da komme ich sogar nicht raus. Sinnvoll. Ah, da ist der Eingang versperrt von innen, da bin ich jetzt reingesprungen. So, der hat sich einfach versteckt gehabt. Tut mir leid, habe dich töten müssen. Ja, halt, geiles Spiel. Auf jeden Fall das Geld wert. Ich kann viel mehr ins Fazit hineinzeigen, kann ich bei dem Spiel nicht, weil ich bin einfach so begeistert. Und es gefällt mir. Auch die Movements, die Finish-Movements und so weiter und so fort, das hat einfach einen Stil, der voll in die Seite passt. Das ist... Natürlich mache ich jetzt gerade Rush-Modus. Das ist schon klar, dass ich die Sachen einfach finde und die Gebiete abschließe und auf 100% spiele. Aber was erwartet man sich, wenn ich jetzt so in einem Rush-Modus bin, dass ich es anders mache? Das ist halt, finde ich, ziemlich geil. So. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das Nordgebiet hier. Und da beginnen wir auch wieder. Schauen wir kurz mal Fundstücke. Eigentlich könnte ich dort bei der Höhle beginnen. Oder ich beginne hier unten. Wo haben wir Fundstücke nochmal? Weil rechts oben bringt man nichts, wenn ich beginne hier zuerst glaubt, ich beginne rechts oben. Nein, ich beginne bei der Höhle hier. Ja, und das ist das, was ich eigentlich von Far Cry Primal extrem cool finde. Ladezeiten, okay, ich habe jetzt schon einen schönen Rechner, dass man sagen kann, okay, ja, du redest von Ladezeiten, haha. Das stimmt schon, aber ich habe da keine Probleme. Ich habe das ganz normal auf der Face-Platte oben. Ich habe das nicht auf einer SSD oder sonst irgendwas. Es ist wirklich schön gemacht, gut gemacht und ich bin da ziemlich begeistert davon. So, wir müssen da eine Täsche haben und eine Höhlenmalerei. Die Höhlenmalerei ist dort oben irgendwo. Ich hoffe, dass ich da raufkomme. So, ich schätze einmal. Ah, da ist sie schon. Perfekt. Da sind Gegner herinnen. Ich habe sogar relativ viele Gegner. Es ist wurscht, wir gehen hier oben drüber. So, die Täscherhand ist angeblich noch weiter oben. Ich glaube, sie erfasst nicht. Nein, da hinten ist sie schon. Perfekt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Die Höhlen, die Höhlen sind nicht meines. Das wisst ihr. Ich gehe da jetzt auch gleich wieder raus. Einfach so, weil ich bin nicht der Höhlenfreund, dass ich da jetzt herumkunde und irgendwas mache. Wieso wird das Gebiet hier nicht entdeckt? Was habe ich da falsch gemacht? Das ist das Fragezeichen jetzt weg. Jetzt ist es auch einmal weg. Okay. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir nur schauen. Wir gehen da runter. Da her. Da her. Ah, jetzt Jagdl schluchten. Da waren wir wahrscheinlich noch im Missionsgebiet drinnen in der Höhle. Da hat er das noch angezeigt. Oder nachladen müssen. Aber das ist so typisch Far Cry. Weil du brauchst relativ lange zum, wenn er was entdeckt oder sowas, dass es dir reagiert überhaupt, wenn du viele Sachen auf einmal machst. So wie jetzt im Rush-Modus. Da kann es sein, dass es erst nachgeladen wird. Ob und so. Ihr seht es jetzt oben. Wir haben jetzt zwei Hände hintereinander. Und so weiter und so fort. Jetzt wird gleich nachher noch einmal irgendein Gebiet entdeckt. Und bla bla. So. Wir müssen da rauf. Okay, da gibt es ja einen Kletterhaken. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir da rauf können. Ja, perfekt. Ja, und das ist halt das, was mich an Far Cry immer fasziniert hat, begeistert hat. Und das haben sie halt im Primal in das Szenario Steinzeit extrem geil rübergebracht. Mutfelsen. Geil, die müssen wir sich anschauen. Da ist ein Wasserbecken unten, oder? Eigentlich wäre das ja ein Sprung wert. Wo müssen wir denn eigentlich nachher hin? Naja. Na, ich mache den Sprung jetzt nicht, oder? Machen wir den Sprung? Machen wir den Sprung als Abschieds von dem Bart aus dem Mutfelsen hinunter? Jepf, machen wir. Solche Kleinigkeiten. Das ist Far Cry. Das ist, was mich an dem Spiels fasziniert. Was mich extrem Lust darauf macht, immer mehr zu spielen von dem Spielen. Ich bin auch schon gespannt, wann die nächsten Teile rauskommen. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass nächstes Jahr der nächste Teil rauskommt. Und ich würde sagen, für heute, lassen wir es mit dem Rush-Modus sein. Das Fazit ist für mich jetzt sozusagen auch abgeschlossen. Hier noch ein paar Tötungen machen. Ein paar U-Darm töten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Bart. Wenn es den gleichen Modus, nämlich ein bisschen Rushing, Rushing, Rushing. Hier in Far Cry. Ähm, in Far Cry? In Far Cry. Äh, Primal natürlich weitergeht. Bis dann. Tschüss.